Wir beschäftigen 1.200 Mitarbeiter und ich bin stolz zu sagen, dass wir in der Verwaltung, das ist aber ein bisschen schwäbisch, ich habe sehr schnell gelernt, dass in der Verwaltung das Geld ausgegeben wird und in der Produktion muss es verdient werden. Also habe ich gesagt, so wenig wie möglich Leute in die Verwaltung. Wir haben 35 Leute und 1.200 Beschäftigten in der Verwaltung. Alle anderen sind in der Produktion und die 35 sitzen alle um mich herum. Nicht, weil ich die beobachten will oder weil ich sage, die sollen was arbeiten, sondern weil ich sie für alle meine Entscheidungen konstant brauche.